herzlich willkommen zurück in unserem neuen heim jua wand hier neu ja und wir wollten hier was machen oder ich wollte in der letzten folge dazu brauche ich nicht jetzt die kiste mit dem vollen stein weg klatschen das ist ja nicht verteilt das war keine kleinen treppen bauen kann so ich will nämlich da oben eigentlich für das cool mit was andere egal jetzt habe ich gestein jetzt ein stück runter kommt ja blöd weil obwohl wir das so machen nein so wenn wir das so machen reicht jetzt vielleicht sogar den noch hin so und so kann er nicht so viel machen wenn man hier raus geht so da so rein geht schon aber denn will ich weg 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 dunkel dunkelheit gucken ob das da oben reicht ja ist doch perfekt doch super das wäre ich geil ja aber vielleicht doch man ich weiß nicht immer nicht so genau wenn ich jetzt hier noch ein also wenn ich jetzt noch da und da und da klatsche da da und hier dann habe ich ja auch noch mal dann könnte man theoretisch bräuchte man gar nicht da so ein hin machen hoch gleich wieder noch da sondern könnte da hin da hin aber das ist nee das ist nicht so cool nee erhalten uns viel zu lange damit schon wieder auf so da rein ist besser und der nehme ich die weg kann ich hätte das eigentlich auch so mal allein fürs auge man ich habe angst dass ich denn da oben drüber na siehste toll scheiße ist das so man macht es einfach automatisch das ist da und da so dann haben wir hier ein bisschen tiefer egal warum habe ich denn vorhin schon wieder die lampe nicht aufgesammelt liegt hier unten auch noch eine oder haben wir schon eine von ne haben wir gar nicht wir hatten nur drei da unten haben wir schon eine gebraucht da da so ist besser scheißegal dann haben wir die lampen verbaut aber das sieht cool aus mit rein da sind halogen strahler die steine behalte ich jetzt mal und wir machen was denn was machen wir schönes wir können uns doch mehr lampen herstellen eigentlich mit musik und so geht nicht egal was machen wir denn wir könnten ja ja das machen wir mit zu lauter musik es wird weiter geklatscht so oh falsch so so wer weiß wie viel wir brauchen ich packe erstmal ein alter wir haben echt nicht so viel stein was brauchten wir noch für lampen fackeln brauchen wir da ganz viele und sand falsch falscher sand ja richtiger sand und was war das noch eisen da haben wir nicht so viel von holz nee was holz ich weiß nicht ob es holz war eisen war es scheiße wir haben nicht so viel eisen war das hier wo waren das jetzt da war stein drin eisen oh Mist wir brauchen eisen leute achtet auch noch so weil wir hauen auf jeden fall alles raus so gut da kommt wieder das hin und jetzt haben wir ja da da tun wir jetzt die leuchten hin da ist noch nix cool da haben wir noch da haben wir noch das da haben wir noch das brauchen wir eigentlich nicht egal nehmen wir trotzdem mit doch das sieht cool aus auch mit dem da ja das gefällt mir so denn raus auf die treppe so dann klatschen wir nämlich jetzt in der folge ein bisschen weiter wir müssen ja auch wenn wir hier runter fallen dann kriege ich eine mega kurz krampf weiß gar nicht ob wir den tod sind aber ich wollte ja falsch falsch schubert falsch schubert ich habe ja was gesagt jetzt mal ich wollte ja gucken dass ich das schon ein bisschen anders tüdel wie schnell wie schnell damit hätten wir echt mal den berg naja reden wir nicht drüber alter wie schnell wie schnell nicht runterfallen wollen wir test machen ach das ging ja noch das ging ja noch so so dann muss ich eigentlich jetzt hier weg und hier weg so dann muss sie die ganze leiter ja eine ganze treppe ja noch ein stück so und so jetzt blöd denn so 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 ich weiß nicht glaube dass wir das jetzt richtig so machen weil ich will ja denn mal gucken ich weiß nicht genau was ich jetzt tue weil ich ja wenn ich hier jetzt hin will dann muss ja hier kommt weg so weil dann brauche ich den hier ja nicht genau aber der bleibt dann da genau zack da kann ich so so und dann müsste ja die frage ist halt ich gehe ja nicht nur ein sind auch zwei würde am liebsten drei reingehen eigentlich müsste ich das hier alles weg machen ich mache das einfach mal oder ich will ja wenn dann zwei dann sitzt 16 ja das so ist cool so ja ist nicht ganz so ein cooler aufgang jetzt obwohl können wir doch eigentlich machen was soll das auch falsch ich weiß gar nicht was was tue ich eigentlich können wir sagen falsch oder war das richtig ich glaube nicht das war nicht richtig so das muss ja auch unbedingt weg so so das nervt so können wir jetzt hier aber hier wieder ein hin machen oder oder und hier auch ja hier müssen wir uns mal was einfallen lassen aber so ist doch besser oder zack hier hopp ich weiß nicht dann kann ich eigentlich auch noch so ja dann machen wir hier zack zack und dann haben wir treppenaufgang auch und runter gefallen ja ja wir können ja auch über zwei gehen ich weiß das sind es und dann gehen wir jetzt hier weiter lang mit jetzt mal gucken da ist die kante also wenn wir hier jetzt ein hin machen ja ist es zu viel doch so und das weg genau geil so muss das so muss das ich klatsch mal den rest der folge hier was hin so jetzt war das so oder hier noch einer und dann da oder das wird es drei entfernt drei so ist das richtig ja sehr schön dann habe ich sogar so kein außen also es wird ja immer besser die ganze das gefühl dass ich ein stein hier vergessen jetzt hätte ich ein zu wenig ok jetzt wieder so 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 hier schon oder 1 2 3 ja geil das läuft doch doch das ist jetzt ja auch nicht mehr so viel zu also nicht mehr so viel wie vorher ob der schon falsch einmal angetippst so denn hierhin dahin 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 genau dann können wir da perfekt dann sagen lang dann haben wir eine kurve in der treppe perfekt das ist cool so weiter rum weiter rum oh alle zack egal wir haben noch mehr wir lassen uns nicht lumpen so den bauen wir jetzt wieder sechs stöcke hoch also wirklich das ist kein witz das machen wir so ich habe mir vorgenommen das jetzt zu groß zu machen also machen wir das zu groß kann man immer noch irgendwelches gedönsel an der decke machen oder so mit oder doch ein stück tiefer kommen in einigen räumen scheißegal hauptsache erstmal eine höhe haben das ist wieder jetzt erstmal wichtig boah geil dann haben wir hier schon die nächste etage um drauf krass die nächste jetzt rede ich auch noch weniger aber wieder ein paar gute folgen aufgenommen ordentlich was geschafft das freut mich echt muss ja auch mal vorankommen hier jetzt haben wir schon nicht so viele möglichkeiten und noch nix am start gebracht alter das ist schon ganz schön hoch guck mal wo wir hier sind alter hui huu hallo Turm hallo Turm wir werden höher als du das ist erst hier der dritte stock ne also der dritte stein etat äh steinhöhe blöd steinblockhöhe baut uns hier einen fetten wohnblock hin baut uns hier einen fetten wohnblock hin so so das sind jetzt drei so 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 hier wieder unsere leiterchen unsere treppchen hinbauen ich weiß dass das eh schon wieder länger wird so es schadet ja nix schon mal machen so und den noch ein bisschen weiter so voll gut fangen wir schon den vierten links hier an vierten links vierte reihe oh lass mich so ja da muss wieder irgendwas beim baum muss wieder irgendwas hin wir haben kein wasser das nervt ich hätte gern so einen kleinen see wasser gibt es gibt hier keine seen fällt mir dabei ein oder auf tonnenwüste aber kein see oh geil wieder leer müssen wir echt irgendwann mal steine noch mal holen wenn das so weitergeht riesiges haus haben wir auch schon mal so leuchte lampen das ist auch cool da würde ich gern auch welche vielleicht hier so an die ecke oben anbringen oder so irgendwie sowas so alter nächste schon den nächsten stock schon fertig hier so 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 das machen wir jetzt hier auch noch weiter zack das ist ja echt da kommen wir relativ schnell voran mit muss ich sagen also wir haben jetzt gebraucht mit dem berg und so weg klatschen naja schon ein bisschen aber so lange ist das let's play auch noch nicht wer weiß was noch kommt also jetzt gerade habe ich echt immer noch mega bock drauf und das wird auch immer noch eine weile gehen wer weiß wie lang so rein damit damit eine welt erst mal hier die sieben oh stimmt das war ja auch nur sie so immer schön rum im kreis habe ich jetzt vorhin da hingeklatscht ne nicht dass ich da die ganze zeit irgendwie die ecken mit ausfülle und mir fällt es nicht auf alter ist rundherum fett so jetzt muss ich nur zählen eins zwei drei vier fünf geil hopp klatsch alter dann haben wir schon wieder unsere sechste Reihe fertig guck mal was ich mache guck mal was ich mache hihihi zack zack gleich immer ein bisschen mitmachen so 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 jetzt erstmal hier fertig jetzt habe ich ich habe die ganze zeit nicht geredet entschuldigung es tut mir leid ich war in gedanken ich muss gleich noch weg und habe darüber nachgedacht ob ich das alles noch hinkriege zeitlich weil ich jetzt doch schon wieder ein bisschen länger hier dran hänge als ich gedacht hätte aber egal voll die schweigeminute es war ewig lang ich weiß es ganz genau scheiß so runter hier und alter ist das riesig jetzt haben wir noch mal so ein habe ich jetzt durch die wand gehauen schon? ich tupse das jetzt nur noch an ey ne der ist echt hart zack also ist ja gut ach nicht das Dach weg machen so da kann ich nicht ran aha jetzt spielt hier ja was anderes so ist das also komm schon komm schon komm schon dann halt so ach komm stell dich an so ich glaube jetzt hier an dieser stelle nicht an dieser stelle oh das ist absurd mit der Treppe ähm hallo oh ja was soll das denn warum ist das da weg oder war da noch gar nichts da war bestimmt noch gar nichts dann machen wir da jetzt halt was hin so so hier haben wir auch schon unseren Raum hier klatschen wir irgendwann noch Lampen hin hier muss noch ne Tür hin boah krass das ist schon so riesig und dann haben wir hier nochmal also nicht genau so groß aber boah ich will von draußen gucken von draußen gucken wie riesig es ist hepp alter guckt euch den klotz an wie heftig war der riesen klotz alter krasser shit krasser shit vielleicht mache ich echt noch die Seiten auch weg sieht viel besser aus obwohl jetzt ist so ein Grundgerüst ne lassen wir erstmal vielleicht machen wir die Ecken noch weg genauso wie da boah das wird riesig groß alter das wird riesig muss ich mir fast so ne Aussichtsplattform noch bauen so hier ist meine Aussichtsplattform cool mega fett da hinten ist unsere andere Hütte und da hinten sieht man auch glaube ich hab ich doch gerade gesehen da ist schon der Turm das ist nicht so weit weg das ist näher dran hier näher dran als da hinten naja egal ich bleib hier auf meiner Aussichtsplattform und wir sehen uns in der nächsten Folge und mach jetzt erstmal einen Aufnahmestopp auf jeden Fall haut rein Leute macht's gut einen wunderschönen Tag noch tschüss 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 Vielen Dank.